Keine Steuern auf Rente zahlen. Welche Jahresrente ist im Jahr 2022 generell steuerfrei? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich beziehe seit dem 1. Januar 2022 eine Altersrente. Mich interessiert brennend, bis zu welcher Rentenhöhe als Jahresrente ich im Jahr 2022 keine Steuern zahlen muss. Gibt es da irgendwelche pauschalen Aussagen? Ja, das Bundesfinanzministerium hat eine Tabelle veröffentlicht, in der sie unter anderem für das Jahr 2022 einen Jahresbrutto-Rentenwert auswirft, bis wohin die Rente steuerunbelastet, also steuerfrei ist. Steuerfrei sind nach dem Bundesfinanzministerium insgesamt für das Jahr 2022 14.636 Euro Brutto-Jahresrente. Diese Brutto-Jahresrente setzt sich zusammen aus 6 mal 1.183 Euro Monatsrente für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 30.06.2022 und 6 mal 1.256 Euro für die Zeit vom 1.7.2022 bis zum 31.12.2022. Warum ist das so? Wir hatten zum 1.7.2022, das wissen Sie alle als Rentner, eine gesetzliche Rentenerhöhung und deshalb hat sich hier der entsprechende Rentenwert erhöht. Von diesen 14.636 Euro wird der steuerfreie Anteil in Höhe von 2.635 Euro abgezogen. Das sind genau 18% von diesen 14.636 Euro. Verbleiben dann noch 12.001 Euro. Weiterhin werden dann noch der Werbungskostenpauschbetrag 102 Euro abgezogen, der Sonderausgabenpauschbetrag von 36 Euro und was wir natürlich nicht vergessen dürfen, 1.516 Euro als abzugsfähige Vorsorgeaufwendung für die Kranken- und Pflegebeiträge, die Sie ja auf die Rente auch noch haben, die ja von der Rente abgeführt werden. Es verbleiben insgesamt somit 10.347 Euro zu versteuerndes Renteneinkommen und diese 10.347 Euro liegen nach meiner Auffassung deutlich unter dem Grundfreibetrag, der für das Jahr 2022 in Höhe von ca. 10.600 Euro liegt. Somit müsste der oder die Rentnerin, die im Jahr 2022 brutto 14.636 Euro Rente bezieht, als Jahresbruttorente dann keine Steuern zahlen. Die gesetzliche Rente ist keine steuerliche Einkommensart, die eine Lohnsteuerklasse nach sich zieht. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.